Hallo Dominion-Freunde, willkommen zu einem Ranglistenspiel. Ich bin ein bisschen sauer, ich habe gerade ein ganzes Video aufgenommen und der Ton war weg, einfach ohne Grund. Ich hoffe, diesmal hört man mich. Ich habe eigentlich nichts geändert an den Einstellungen, aber irgendwas muss da abgeschmiert sein am Anfang von der Aufnahme. Schauen wir uns mal das Königreich hier an. Wir spielen gegen Jaybird 4. Zum Entsorgen können wir mit Ausgesetzten und Rattenfänger. Damit könnten wir entsorgen. Außerdem haben wir hier noch das Merkmal Scheu, das ist auf der Geheimhöhle. Das heißt, Geheimhöhle bringt uns die Wunderlampe. Wir wollen also möglichst schnell sechs verschiedene Karten ausspielen, um da die Wünsche zu kriegen. Karten ziehen können wir mit Katakomben oder Berater oder Gelehrter, aber Dorf sehe ich nicht. Wegsuche zieht Karten, wenn wir da auf 8 kommen, könnten wir das auf Berater machen oder dann werden wir ganz viel ziehen. Ausgesetzter zieht Karten und entsorgt, das ist noch super. Und Pluskauf kriegen wir mit vergrabenem Schatz. Und ich denke, Armenhaus wird wahrscheinlich nicht so relevant sein. Aber schauen wir mal. So, 4 haben wir am Anfang. Man könnte auch mit Schäferinnen Karten ziehen. Ich denke aber, die anderen Sachen sind besser hier. Dass wir versuchen, Wegsuche auf Berater zu kriegen. Vergrabende Schätze brauchen wir für den Pluskauf. Das ist relativ wichtig. Geheime Höhle ist dadurch, dass es scheu ist. Das bedeutet, wir können es am Anfang des Zuges für Pluszwer Karten ablegen. Das ist dann praktisch, wenn wir es am Anfang ziehen, ein Gratis-Laboratorium. Dadurch schon ziemlich nice. Das Weideland, was wir hier am Anfang haben, ist nochmal eine zusätzliche verschiedene Karte. Also unterschiedliche Karte. Wir haben also schon Weideland, Kupfer und die Wunderlampe selbst. Gegner beginnt mit Schiffsjunge, geheime Höhle. Schiffsjunge auch natürlich nett, um verschiedene Karten im Spiel zu bekommen. Wird jetzt geheime Höhle aber holen. Oh ja, wir könnten das Weideland hier entsorgen. Wir würden dann 6 Karten ziehen, weil wir ziehen eine Karte pro unterschiedlichen Namen. Aber da ist dann die geheime Höhle dabei und sonst nichts allzu sinnvolles. Ich werde also dabei bleiben, mal das Kupfer zu entsorgen. Ah, wir haben hier ein bisschen schlecht gezogen. Jetzt werden hier 3 anwesend sein. Kein großes Problem, können wir einen Rattenfänger uns kaufen. Holen wir uns jetzt mal ein Schiffsjungen. Das ist auch wieder gut, weil die bleibt im Spiel für eine Runde. Macht es also ein bisschen leichter, die Wunderlampe zu aktivieren. Er kriegt einen vergrabenen Schatz. Das ist auch sehr gut für die Wunderlampe. Zumindest solange man nur einen hat. Okay. Macht er hier mit Schäfräle. 4 leider nur. Dann holen wir uns jetzt einen Berater. Und wir können Scheu nutzen. Wieso nicht? Und dann kriegen wir hier nochmal 2 Karten extra. Schiffsjunge. Ausgesetzter, entsorgten Anwesen. Und wir haben 5 für unseren vergrabenen Schatz. Oh, das sieht aus, als ob wir hier aktivieren werden. Auf jeden Fall. Wir werden einen Rattenfänger aufrufen können. Hätten wir glaube ich letzte Runde schon. Ne, hätten wir letzte Runde noch nicht machen können. Er hat es zum Glück nicht geschafft. Gut, dann Schiffsjunge. 2 Geld. Rattenfänger aufrufen. Das ist auch nochmal eine unterschiedliche Karte. Also wird sehr gut schaffbar sein. Können wir noch Scheu machen. Dann haben wir... Wir haben eh schon genug verschiedene. Er wird uns hier den Ausgesetzten ablegen auf jeden Fall. Aber nicht weiter schlimm. Alle Wünsche bekommen. Wünsche werden erfüllt. Dann holen wir uns jetzt 2 vergrabene Schätze. Er hat es wieder leider... Äh, leider. Er hat es für mich zum Glück, für ihn leider nicht geschafft. Äh, wollen wir uns mal einen Berater. Gut, jetzt muss er noch was ablegen. Es hat gerade die Verbindung zwischendrin verloren. Ich weiß nicht, vielleicht braucht das ein bisschen. Ja, was ist jetzt mein Plan von hier aus? Vergrabene Schätze für die Pluskäufe sammeln. Aber auch Gold bekommen. Vielleicht hole ich mir auch mal ein Gold mit einem Wunsch. Und dann Berater. Und die dann Weg suchen. Und dann fangen wir an mit Punkten. Denke ich mal. Na komm. Gibt es noch irgendwas, was ich beachten könnte im Königreich? Eigentlich ist es jetzt relativ straightforward. Ich werde auch mal neu laden. Nicht, dass bei mir irgendwas hängt. Aber nein, tut es nicht. Dann, äh, Pause, bis es weiter geht. Gut, wir haben jetzt hier die Anfrage, ob er aufgeben soll, weil er zu lange nichts macht. Ich habe überlegt, das Video jetzt trotzdem weiterzumachen. Denn das Spiel ist sozusagen auserzählt. Ich habe euch gesagt, was ich noch vorhabe. Jetzt noch mehr vergrabene Schätze und Gold und Berater zu holen. Wegsuche zu machen und dann Provinzen zu kaufen. Ich denke, das würde auch in den aktuellen Situationen reichen zu gewinnen. Hundertprozentig wahrscheinlich noch nicht. Und wir machen jetzt einfach ein neues Spiel hinten ran. Hat mich auch ein bisschen geärgert jetzt, dass ich hier nicht weiterspielen konnte. Tisch verlassen. Ja, gegen den will ich jetzt nicht nochmal spielen. Und wir suchen mal. Und bis es losgeht, wird wieder Pause gedrückt. So, es hat eine Weile gedauert. Ich musste gar nicht schon runtergehen mit dem Mindestrating. Wir spielen jetzt gegen Rasu Randal. 47,6. Und mal einen Blick auf Königreich, wie immer. Wir können entsorgen mit der Torwächterin oder Puka. Oder Anbau. Wahrscheinlich eher dann Torwächterin. Wir haben die Schlösser. Falls euch Schlösser interessieren, da habe ich auch ein ganzes Lehrvideo drüber gemacht. Über alle Schlösser, wie man da mitspielt. Dann können wir Siegpunkte machen mit Denkmal. Karten ziehen könnten wir mit Karawane nur. Und Puka, wenn wir ein Dorf haben. Wir haben ein verschneites Dorf. Also es ist ein bisschen limitiert. Gefallenmarker kriegen wir über Tant. Und können die nutzen für Nomadenstamm. Wenn wir was nehmen, kriegen wir Karte, Aktion oder Kauf. Okay, wir könnten alle Karten als Weg des Maulwurfs spielen, um eine Aktion zu kriegen und alles abzulegen für 3. Und es gibt noch die Flotte für einen extra Zug am Ende des Spiels, wenn wir einmal das für 5 kaufen. Ich werde Torwächterin mir am Anfang holen. Die Hoffnung, dass wir damit schnell entsorgen können, ist zu groß und ich nehme den Fluch in Kauf. Gegner hat sich auch einen Fluch geholt, aber Anbau genommen. Ja, ich bin ein bisschen mehr Fan von der Torwächterin. Könnte jetzt hier die Karte nehmen, um die Torwächterin im Shuffle zu haben. Schon mal, dann ist sie garantiert im Zug. Aber ich glaube, das bringt nicht so viel, weil dann verpasst sie wieder vielleicht alles mischen. Also lassen wir es lieber. Kommen wir auf 3. Der Gegner hatte einen 5-4-Start sozusagen. Ich hatte eher 6-3. Holen wir uns Silber. Ja. Ein Silber. Könnt ihr jetzt hier mischen, äh, hier die Karte nehmen, aber dann ist die Gefahr, dass die Torwächterin die eine Karte ist. Also lassen wir es. Auch hier. Steinbruch. Interessant. So. Ich will jetzt nicht noch einen Fluch haben, aber Verschneides Dorf kann ich mir kaufen, falls ich das für die Aktion brauche. Ansonsten kann ich es ja als Maulwurf nehmen. Fertig. Okay, wenigstens habe ich sie hier gefunden und ich muss nicht mischen. Ich sehe zwei Karten. Vielleicht ist sogar schon der Fluch. Schon der Fluch. Die Dreierkarten kann ich außerdem zu Karawandel machen. Dann danach. Steinbruch. Tant. Tant ist auch ein Pluskauf. Interessant, aber solange man noch nicht zieht. Und ein zweiter Steinbruch ist sowieso ein bisschen Overkill. Sehr schön. Zwei Karten entsorgen. Jetzt werde ich mir noch was zum Entsorgen auf jeden Fall holen. Äh, wenn ich 6 hätte. Dachte ich irgendwie, aber ich habe nur 4. Okay. Äh, der Steinbruch gefällt mir eigentlich, wenn ich jetzt das Verschneide Dorf schon habe. Äh, aber vielleicht brauche ich auch erstmal noch ein bisschen mehr Karawane und sowas. Ich glaube, ich muss erstmal noch ein bisschen mehr ziehen. Machen wir erstmal Karawane. Wenn ich jetzt hier mit der Aktion, die ich ziehe, mit der Karte, die ich ziehe, nichts finde. Ha. Der Gegner ist ziemlich, äh, rücksichtslos mit seinen Flüchen. Ich könnte natürlich jetzt die 3 Karten ablegen, in der Hoffnung, Torwächterin und Karawane zu finden. Und ich glaube, das mache ich auch. Ich habe hier die Gefahr, wieder nur auf 4 zu kommen. Das bringt mir dann auch nicht viel. Da ist Torwächterin. Sehr schön. Und zwei Anwesen losgeworden. Boah, das Risiko hat sich ja mal gelohnt, würde ich sagen. Äh, holen wir uns jetzt mal einen Tant. Oder Silber nochmal. Oder schon mal das bescheidene Schloss. Ne. Tant ist glaube ich nett, weil wir können Sachen aufs Deck legen. Das sollten wir nicht verachten hier. Und der Pluskauf, wenn wir dann Steinbruch haben. Ebenfalls sehr gut. So, hier werde ich Verschneitesdorf spielen und hoffen, dass wir mindestens noch auf 5 kommen. Okay, wir sind auf 6 gekommen. Sehr gut. Dann hole ich mir jetzt nämlich einen Anbau. Wenn wir dann mit Torwächterin durch sind, können wir die auch zu einem Gold machen. Das ist doch nett. Zwei Käufe bringen jetzt halt leider nichts, aber ist okay. Wir können auch mit dem Anbau unser verfluchtes Gold zu einer 5er Karte machen, weil die ja 4 kostet. Sehr, sehr nice. Der dritte Steinbruch. Wow. Der so. Ja, der Gegner ist anscheinend eher Anfänger. Und Steinbruch klingt ja auch voll nice, oder? Aktionskarten kosten zwei weniger, aber bringt einem halt nur mit der richtigen Kombination was. Das lassen wir hier oben. Dann können wir den auch spielen. Und was machen wir jetzt? Verfluchtes Gold zu noch einer Torwächterin, denke ich mal. Auf Nachziehstapel könnten wir was legen. Ich will jetzt einen Steinbruch eigentlich haben. Und dann könnten wir auch so ein Deck bauen, was dann so 2-3 Denkmäler jede Runde spielt. Ich denke, das ist ganz effizient. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal auf Nachziehstapel. Und da wir kein Geld und keinen Kauf gerade brauchen, um den Steinbruch zu holen, holen wir uns halt mal den Gefallen. Da könnten wir dann vielleicht was mitmachen. Aber eigentlich allzu viel bringt das auch nicht die Gefallen. Also Nomadenstamm ist irgendwie... Vielleicht bringt uns das was, wenn wir den Anbau nutzen und dann was kriegen damit. Um noch eine Karte mehr zu ziehen, das könnte ich mir vorstellen. Anbau... Anwesend machen wir jetzt mal zum bescheidenen Schloss. Und holen uns jetzt die Karte, genau. Und dann haben wir uns wenigstens mal was gebracht. Wo ist eigentlich unser Steinbruch? Ich dachte, wir haben ihn auf den Nachziehstapel gelegt. Habe ich nicht aktiviert oder was? Hätte ich irgendwas aktivieren müssen dafür? Verrückt. Okay. Schade. Drum. Dann wird das halt hier nur Gefallen und Geld. Nee, Kauf. Kaufgeld. Denkmal und Tant. Ja, verrückt. Habe ich einfach verplant. Hier in dem Fall bringt der Steinbruch gar nichts. Deswegen Steinbruch, sobald ihr das Deck noch nicht in Kontrolle habt und das relativ sicher mit irgendwie Pluskäufen ziehen könnt, ist ja ein bisschen schlecht. Kauft sich noch einen Anbau. Okay, das macht Sinn. Ja, das macht auch Sinn. Die beiden Käufe mag ich. Er muss nämlich jetzt mal ein bisschen entsorgen. Außerdem konnte er den Kauf noch nutzen vom Nomadenstamm. Das war nice. Wir haben einen Kupfer los. Sehr schön. Davon wollen wir nichts loswerden, aber das Silber brauchen wir jetzt auch nicht ziehen. Dann Anbau. Kupfer loswerden oder Schloss? Das Kupfer erstmal. So. Steinbruch gefunden. Jetzt machen wir hier natürlich Kaufgeld. Und Kaufgeld. Und holen uns Karawanen. Und noch ein Denkmal. das Kupfer lapel. 在h Sounds sint Vital. Und dann amis Gabriel. auf der Sosste Mod patients zu laboralbad. ja treft. er hat auch noch keine von seinen Flüchen losgeworden und da kommt noch ein Fluch und kauft sich ein Gold, also es sind ultra viele Stoppkarten, die er halt hat die wird er wahrscheinlich auch nicht so schnell in Kontrolle bekommen Torwächterin zuerst, um zu schauen, was wir da finden ja, das kann alles da bleiben dann erstmal eine Karawane, jetzt wieder eine Torwächterin und dann sehen wir hier, was wir finden das wollen wir nicht ok, na gut, war jetzt nicht der beste Zug aber wir könnten noch Pluskauf uns holen mit dem hier, bringt uns aber nichts ich glaube, wir holen uns noch einen Anbau müssen einfach mehr Karawanen ins Spiel haben jetzt haben wir drei, das ist gut aber die Runde davor hatten wir gar keine und dann ist unser Deck halt auch nicht so toll dann zieht man nämlich gar nichts, während man spielt sollten wir vielleicht jetzt drauf achten so, Torwächterin, ein Kupfer nochmal loswerden ok, dann machen wir mal Silber zu einer Karawane aber wir schaffen es nicht mehr, sie zu finden oder? Wir können Karte ziehen doch, wir finden sie noch ok sehr gut dann können wir wenigstens eine Karte mehr nächste Runde spielen so, Kaufgeld Kaufgeld und jetzt Karawanen kaufen in Masse wenn wir jetzt alle nächste Runde spielen sind wir wieder ein bisschen zu viel vielleicht sollten wir ein paar einfach aufheben macht es dann ein bisschen schwieriger zwar, diesen Zug hier zu spielen wenn wir Karten nicht nutzen können aber es ist es wert, glaube ich dass wir jede Runde so vier Karawanen haben und nicht einmal 8 und einmal 0 obwohl eine haben wir jetzt zumindest im Spiel also 7 und 1 Punktemäßig habe ich auch keine Probleme aktuell weil ich schön führe sogar mit 6 Punkten also einer Provinz durch die ganzen Denkmäler und seine Flüche ja, lass gerne gefällt mir da wenn euch so dieses Video gefallen hat oder gefallen tut immer noch Anbau ich wollte eigentlich jetzt was machen wir das Anbau jetzt zu einem Gold scheint so also wir werden erscheinend von ganz alleine nicht genug Karawanen spielen weil wir jetzt mit dem verschneiten Dorf gar nicht genug Sachen haben wir haben zwei, drei Karawanen jetzt gespielt ich denke das ist okay Geld und auch mal wieder einen Gefallenmarker vielleicht hätten wir mit einem Gefallenmarker jetzt auch einen besseren Zug gehabt ja, solange die Karawanen noch da ist sollten wir es uns wahrscheinlich holen und mehr braucht wir eigentlich nicht also hier sind die Karawanen nicht nur an der Okay, jetzt hat er seine schönen Steinbrüche, wo es zu spät ist, flüchtet und auch ein Stapel leer werden könnte, wenn er so weitermacht. Kauft halt eine Provinz. Das wäre witzig. Nee, Gold ist ja noch witziger. Aber ich meine, was hilft in diesem Moment? Vielleicht Puka auch mal für ihn, wo er noch Kupfer hat. Aber, ja. Das ist ein bisschen ausweglos in seiner Situation. Kann sich jetzt die ganzen Sachen für Null kaufen, das ist natürlich nett. Oder für 1. Oh, ja, Torwächterin. Das ist gut, aber die Stapel sind auch sehr leer. Torwächterin spielen. Okay. Dann machen wir die hier nach oben. Dann können wir nämlich jetzt mal eine Torwächterin entsorgen. Gold und ziehen eine Karte. Zack, zack. Und kauf, gefallen. Kauf, Geld. Eine Provinz mal. Torwächterin. Und noch ein Tant. Könnte auch zwei geschneidete Däufer holen für den Pluskauf. Ehrlich gesagt, die kann ich alle ja noch spielen mit meinen Aktionen. Das wird auch lustig. Dann werde ich nächste Runde das Spiel damit wahrscheinlich beenden. Und ich habe sechs Karawanen im Spiel. Damit sollte ich das Deck ohne Probleme ziehen. Und dann kann ich die ganzen Käufe nutzen, um die Flüche und Torwächter leer zu holen. Vielleicht hätte ich es auch diese Runde schon geschafft, wenn ich Pluskauf nehme für Torwächterin, bei jeder Torwächterin mit Nomadenstamm und Gefallen mir alle geholt hätte. Ich hätte ja gar keine Punkte kaufen müssen. Ja, da war ein bisschen zu viel Rechenreihe dafür, dass ich sowieso gewinnen werde. Hätte ich mir das jetzt ganz genau ausrechnen müssen. Das ist ja auch irgendwie gemein. Ja, die nächste Zeit wird leider ein bisschen weniger Content von mir kommen. Wir fahren in Urlaub. Also in dem Sinne leider für euch, nicht leider für mich. Und habe jetzt nicht irgendwie was vorproduziert. Und hätte natürlich dann nicht so viel, eigentlich kaum was machen können. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu. Und wenn es dann wieder losgeht mit der nächsten Ligasaison, dann bin ich auch am Start. Leider hat es in der Liga nicht gereicht. Mit 14 Punkten, also eins unter Paar, eins unter Durchschnitt von 15, bin ich ganz knapp sogar auf dem fünften Platz gelandet von 6. Das war eine sehr, sehr ausgeglichene Liga von allen irgendwie. Und der andere, der 14 Punkte hat, ist im direkten Vergleich gegen mich leider besser gewesen. Aber dann kommen wir halt stärker zurück. Wir machen jetzt hier Anbau. Was hat er eigentlich gekauft? Ach, die Schlösser. Okay. Karawane können wir zu einer Torwächterin machen. Kaufen, zollen. Ja, den wollte ich nicht spielen. Na gut. Macht keinen Unterschied. Das halte natürlich, dass es jetzt irgendwie verrutscht hier auf dem Bildschirm. Kauf Geld. Kauf Geld. Das kaufen wir. Dann kaufen wir drei Flüche. Und noch eine Provinz. Und dann haben wir das Spiel gewonnen. Und dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und frohes dann. Daher. Musikk conseguir recyceln. Das ist alles. Daher. Daher. In 1991섯. unaware. Tänzig. Das ist alles. Daher. Und des.